Im Thema 2.1 schauen wir uns jetzt die historische Entwicklung des Themas von Modellierung von Software-Systemen oder von Software im Allgemeinen mal genauer an. Warum macht man das überhaupt? Warum bildet man Software, die ja ohnehin schon abstrakt als Source-Code beschrieben ist, nur einmal als grafisches Flussdiagramm zum Beispiel ab. Der Hintergrund ist auch wieder historisch begründet, wenn man überlegt, wie sich Computerprogrammierung entwickelt hat, dann war es ja nicht so, dass man schon in der Frühzeit mit so relativ gut lesbaren Sprachen, wie wir es heute mit Java, C oder was auch immer, mit diesen höheren Programmiersprachen zu tun haben, dass das nicht immer gegeben war, sondern da hat man halt in Maschinensprache, beziehungsweise teilweise sogar noch mit Lochkarten programmiert. Lochkarten heißt, ich habe einen Papierstreifen, wo an bestimmten Positionen wirklich einfach Löcher gemacht worden sind und je nachdem, an welchen Positionen diese Löcher waren, hat halt der Computer bestimmte Anweisungen ausgeführt und genauso sind die Daten repräsentiert worden, auch wieder durch irgendwelche Löcher. Das ist jetzt nicht wirklich intuitiv verständlich, wenn man so eine Karte mit Löchern anschaut, was da damit repräsentiert ist. Das ist besser geworden mit den sogenannten Maschinensprachen, kennt man aber als Assembler-Sprachen, wo es schon zumindest textuell möglich war, dann zu beschreiben, was der Rechner dann tun soll, aber auf einer sehr, sehr niedrigen Ebene, das heißt wirklich auf Ebene von Einzelbefehlen des Prozessors, das heißt aus technischer Perspektive eigentlich beschrieben, wie das Programm ablaufen soll. Lade einen Speicherwert, also lade einen Wert vom Speicher in ein Register im Prozessor. Lade einen nächsten Speicherwert von einem Speicherplatz in das andere Register und jetzt zähle die beiden Register zusammen und jetzt nimm das Ergebnis und speichere es irgendwo an einen Speicherplatz zurück. Also dieses ganz simple Zusammenzählen von zwei Zahlen waren jetzt schon mindestens fünf Anweisungen, die man schreiben müsste. Auch das nicht wirklich gut intuitiv verständlich, wenn man dann so ein Listing hat mit hunderten Einzelanweisungen, was da genau passiert, unverständlich. Deswegen der Versuch, das verständlicher darzustellen, zugänglicher zu machen und so zu dokumentieren, dass jemand anders dann auch den Quellcode, den Programmcode wieder verstehen kann und das aufeinander abbilden kann, die einzelnen Elemente, die da drinnen repräsentiert sind, vielleicht erkennen kann, wenn man es auch grafisch irgendwo dargestellt hat. Also der ursprüngliche Zweck, der erste Zweck, warum man das gemacht hat, war tatsächlich Dokumentation von Programmen, damit die verständlicher werden. Das hat sich über die Zeit hin ein bisschen verschoben. Man hat erkannt, dass sie solche grafischen Diagramme nicht nur zur Dokumentation eignen, sondern auch sehr gutes Mittel sind dafür, ein gemeinsames Verständnis darüber herzustellen, was ein Programm eigentlich tun soll und damit nicht nur Dokumentationszwecke erfüllen kann, sondern auch Designzwecke erfüllen kann. Das heißt, ich kann bei der Konzeption von Software solche Diagramme verwenden, um zu beschreiben und zu kommunizieren oder auszuhandeln, wenn mehrere beteiligte Personen sind und wir haben eigentlich immer mehrere beteiligte Personen, zumindest den Softwareentwickler und den Fachanwender, der die Software nutzen soll, dass diese Personen ein gemeinsames Verständnis dafür bekommen, was soll denn die Software irgendwann einmal machen, was soll die tun, wie soll die verwendbar sein, welche Funktionalität soll sie bieten. Dazu eignen sich diese Diagramme, diese grafischen, diagrammatischen Modelle, die man erstellen kann und das hat sie im Wesentlichen zum Hauptanwendungsbereich entwickelt. Wenn wir dann weiter schauen, wie die UML definiert ist, die ich in der Einführung bereits erwähnt habe, das sind im Wesentlichen sehr stark auf das Design von Software-Systemen ausgerichtete Diagramme, die man da verwenden kann. Wenn wir im Skriptum schauen, findet man das im Wesentlichen genauso beschrieben und dann nochmal runtergebrochen auf zwei aktuelle Anwendungsgebiete. Das wäre einerseits das, was ich jetzt beschrieben habe, die Beschreibung von Anforderungen an eine Individualsoftware. Das heißt, ich beschreibe vollständig die Anforderungen oder was ich von einer Software erwarte, die erst noch geschrieben werden muss. Das wäre sehr stark an der technischen, an der Implementierungsebene orientiert. Näher am Bereich der Wirtschaftsinformatik, tatsächlich ist der zweite Anwendungsbereich von Modellen im Bereich von Software. Das wäre die Beschreibung von Anforderungen an eine Standardsoftware. Was bedeutet das? Standardsoftware ist Software, in der bestimmte Funktionalität, bestimmte Abläufe bereits implementiert sind, bereits angelegt sein, die üblicherweise sehr mächtig ist und als solche dann in einer Organisation eingesetzt werden kann. Es ist nicht immer leistbar, für die eigene Organisation eine maßgeschneiderte Software erstellen zu lassen. Das ist einfach teuer, es repliziert Funktionalität, die schon hundertfach woran das auch umgesetzt worden ist. Deswegen gibt es den Standardsoftware-Markt, zum Beispiel für Enterprise-Resource-Planning-Systeme, ERP-Systeme. Das ist Standardsoftware, die nehme ich und setze in meiner Organisation ein. Die passt natürlich jetzt nicht zu 100 Prozent auf meine organisationalen Strukturen, auf meine Abläufe, deswegen muss sie angepasst werden. Also Standardsoftware hat immer Anpassungspotenzial, Anpassungsschnittstellen, Konfigurationsschnittstellen. Und wie die Anpassung vonstatten geht, kann wiederum mit Modellen beschrieben werden. Also hier kommen dann wieder die Fachanwender ins Spiel, die hole ich mir ins Boot, mit denen versuche ich zu erheben, was soll meine Standardsoftware denn jetzt konkret in meiner Organisation leisten können, was soll die tun und versuche mit diesen Modellen abzubilden, wie die Software konfiguriert werden muss. Das war tatsächlich der große USP, der ARIS Software Suite. Wir erinnern uns an das ARIS Haus, dazu gibt es auch eine Software. Und was ARIS hatte, war eine Kooperation mit SAP. Das heißt SAP, Enterprise Resource Planning Standard Software, Marktführer, Weltmarktführer im Wesentlichen, fast. Es schwankt immer ein bisschen, Warwickler ist auch ein großer Player. Aber im europäischen Markt war SAP der Marktführer oder ist es nach wie vor. ARIS als Software Suite hatte und hat eine direkte Schnittstelle zu diesem ERP-System, sodass ich, wenn ich hier in der ARIS Suite, was modelliert ist, unmittelbar relativ niederschwellig in die oder mit relativ wenig Zusatzaufwand als Konfigurationsinput für das Standard Software für das ERP-System verwenden konnte. Das ist der zweite Anwendungsbereich. Ich kann also Individualsoftware beschreiben, also beschreiben, wie ein Software-System umzusetzen ist. Ich kann auch die Konfigurationsinformationen für Standard Software mit Modellen erheben. Als Wirtschaftsinformatiker sind wir sehr oft im zweiten Bereich unterwegs. Den kann ich aber nur siebenfalls nutzen, wenn ich den ersten Bereich verstanden habe, also wenn ich verstanden habe, wie denn Software überhaupt generell beschrieben wird. Deswegen schauen wir uns jetzt an, wie Sie diese Beschreibungssprachen für Software über die Zeit entwickelt haben und welche Konzepte da zum Einsatz gekommen sind. Wir werden merken, da sind ganz unterschiedliche Denkmodelle dahinter. Wir schauen uns drei an, die alle drei unterschiedlich aufgebaut sind und wir werden auch merken, dass sich der nach wie vor durchgesetzt hat, Flowcharts, die wir uns dann anschauen, die einerseits relativ intuitiv verständlich sind und auf der anderen Seite sehr flexibel aufbaubar sind, im Gegensatz zu den anderen beiden Techniken. Die historische Entwicklung beginnt, also wenn man in der Literatur nachschaut, in Publikationen nachschaut, findet man sowas wie Flowcharts irgendwann sogar zurück bis in den 1930er Jahren, dann noch nicht im Kontext von Software, aber in der Ablaufbeschreibung von technischen Systemen durchaus schon vorhanden. Ab den 60er, 70er Jahren beginnt es, dass man versucht, Software grafisch zu beschreiben und die ersten beiden Ansätze, die wir da betrachten, sind das sogenannte Nassi-Schneidermann-Diagramm und das Jackson-Diagramm. Das Nassi-Schneidermann-Diagramm ist, also beide sind standardisiert, beide sind irgendwann durch einen Standardisierungsprozess gegangen. Es ist klar, wie die auszusehen haben, eben Dokumentationszwecke, wer weiß, wie ein Nassi-Schneidermann-Diagramm ausschaut, kann oder welche Komponenten es haben kann, kann einen Programmablauf, der in dieser Form beschrieben ist, auch verstehen, lesen und das im Wesentlichen eins zu eins in Software übersetzen. Also da gibt es einen Zusammenhang, der sehr nahe ist. Gerade bei Nassi-Schneidermann-Diagrammen werden wir sehen. Im Wesentlichen haben wir da die Programmablaufstrukturen, die wir auch in Java als Text hätten, hier grafisch abgebildet. Das Zweite ist das Jackson-Diagramm, kommen wir nachher dazu. Das Nassi-Schneidermann-Diagramm hat man vielleicht sogar, wenn man Softwareentwicklung anders gemacht hat, schon mal gesehen. Das nennt sich auch Struktogramm und wir sehen es jetzt hier in diesem Beispiel. Im Wesentlichen versucht man grafisch den Programmablauf abzubilden, mit unterschiedlichen Strukturen. Ein Block, den wir da haben, so etwas wie Ausgabe A, so etwas wie eine Wertzuweisung, das wir hier haben, auf einer Variable oder andere Ausgaben wiederum. Das wäre eine Anweisung im Programm. Ein Statement, wie man es in Java schreiben könnte, irgendeine Berechnung. Und dann gibt es Kontrollflussstrukturen. Wir haben uns schon im Themenbereich 1 mit dem Begriff des Kontrollflusses kurz auseinandergesetzt. Der Mechanismus, das ist der Mechanismus, um konzeptuell zu beschreiben, dass es in einem bestimmten Ablauf, in dem Fall ein Programmablauf, Varianten geben kann, dass manche Sachen wiederholt ausgeführt werden müssen. Also Sachen, die beeinflussen, in welcher Reihenfolge bestimmte Anweisungen wirklich ausgeführt werden. Was man sehr bald oder womit man sehr bald konfrontiert wird, wenn man zu programmieren beginnt, sind IF-Anweisungen, also Entscheidungen, IF-THEN-ELSE, wenn eine bestimmte Bedingung gegeben ist, dann mach folgendes und sonst mach es folgendes. Das ist der Standardmechanismus, um Programmabläufe oder Alternativen in Programmabläufen darzustellen. Das haben wir in diesem Beispiel zweimal, das sind dann diese zusammengesetzten Dreiecke, wo wir jeweils Variablenwerte abfragen. Wir schauen im oberen Fall, ist der Wert der Variable a größer als der von b, wenn ja, gehe auf die eine Seite, wenn nein, gehe auf die andere Seite. Und ganz unten, schauen wir noch einmal, ist der Wert b null? Wenn ja, gibt die Variable a aus, wenn nein, gibt die Variable b aus. Jetzt fehlt uns da noch ein Konstrukt und das ist die sogenannte Schleife, die Wiederholung von Anweisungen in diesem Fall. Also es geht um die Berechnung des größten gemeinsamen Teilers zweier Zahlen. Da gibt es den Euclidischen Algorithmus, ohne dass wir uns den jetzt näher noch einmal anschauen. Den haben wir eben hier abgebildet. Und der sagt, wiederhol, solange die Variable a größer null ist und die Variable b größer null ist. Und da haben wir jetzt zwei Aspekte drinnen. Wiederhol, solange, also das ist eine Schleife, wie wir gehen also quasi diesen Block, der da reingeschachtelt ist, mehrmals durch, bis eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Und im konkreten Fall ist das nicht eine einfache Bedingung, wie wir es bei den Ifs hier unten haben, also a größer b oder b ist gleich null, sondern eine zusammengesetzte Bedingung. Eine zusammengesetzte Bedingung heißt, wir haben mehrere Elemente in der Bedingung und wir verknüpfen die. Wir müssen beide Elemente prüfen und schauen dann, wie verknüpfen wir die, um zu entscheiden, machen wir noch weiter oder nicht. Im konkreten Fall ist es ein und, eine und-Verknüpfung. Diese und-Verknüpfung sagt aus, wir tun so lange weiter, jetzt im konkreten Fall bei der Weilschleife, solange a größer null ist und b größer null ist. Das bedeutet, sobald eines der beiden null wird, brechen wir ab. Das könnte auch was anderes sein. Die Bedingung könnte auch zum Beispiel ein oder sein. Wenn wir ein oder hätten, würde wir so lange weitergehen, solange a größer null ist oder b größer null ist. Also es reicht dann nicht aus, dass eines der beiden null wird, so wie wir es gerade gehabt haben, sondern es müssten beide null werden, dass wir wirklich abbrechen. Die dritte Variante, das exklusive, oder das schauen wir uns später an, das spielt hier an der Stelle noch keine Rolle, würde jetzt wahrscheinlich nur formieren, wenn wir es näher anschauen würden. Also wichtig, für die Beeinflussung eines Programmablaufs oder generell eines Prozesses, wir werden das dann auch wieder später in der Geschäftsprozessmodellierung sehen, für die Beeinflussung eines Prozesses, muss ich im Wesentlichen Bedingungen formulieren. Diese Bedingungen kommen bei einem IF zum Einsatz, also bei Entscheidungen, in welche Richtung man weitergeht oder auch bei Schleifen und diese Bedingungen können beliebig komplex werden. Die kann ich zusammensetzen. Die haben immer Einzelkomponenten, die der Computer oder bei der Geschäftsprozessmodellierung dann wer auch immer auswerten kann. Entscheidungen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Da können aber eben unterschiedliche Komponenten zusammenkommen und die muss man irgendwie verknüpfen. Und das sind die sogenannten logischen Operatoren. Buhlsche Algebra nennen sie das. Das ist das und, das wir jetzt besprochen haben, das wäre das oder, das Alternative, also das, das mal kurz dazuschreiben, das and haben wir gehabt, das or haben wir kurz besprochen, das oder, das sagt entweder das eine oder das andere oder beide. Und das exklusive oder werden wir dann noch sehen, das ist die klassische Entscheidung. Geh entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Es dürfen dann nicht beide falsch sein oder beide wahr sein. Es geht darum, dass beide unterschiedlich sind. Das werden wir für die Ablaufsteuerung sehr oft brauchen, wenn wir Entscheidungen in Prozessen treffen. Sehen wir nachher dann gleich, wenn es um die Flowcharts geht. So, das Struktogramm, wenn wir uns das jetzt anschauen, ist durchaus lesbar, wenn man schon einmal Programmcode gesehen hat, ist aber relativ unangenehm zu erstellen, vor allem, wenn man im Nachhinein etwas ändern will. Wenn man das einmal gezeichnet hat und kommt dann darauf, man möchte an irgendeiner Stelle zum Beispiel unter dem Ausgabe A noch eine weitere Anweisung anfügen, dann steht man irgendwann einmal an. Also es ist zwar vielleicht häufig intuitiv verständlich, zumindest für einen technischen Akteur, aber sehr schwer Hand zu haben. Ich kann es nicht wirklich gut erweitern, ich kann es nicht wirklich gut verändern. Es ist ja klassisch ein Mechanismus oder ein Instrument, um Programmabläufe zu dokumentieren. Das war der Ausgangspunkt für Nassi-Schneidermann-Diagramme. Es gibt einen fertigen Programmablauf und ich möchte ihn übersichtlicher darstellen. Dann nehme ich ein Nassi-Schneidermann-Diagramm. Für Designprozesse eher nicht geeignet, weil da ändert sich immer wieder etwas, da möchte man vielleicht mal etwas ausprobieren, möchte man schauen, wie verändert sich das Verhalten eines Programms. Wenn ich irgendwo eine bestimmte Bedingung vielleicht ändere, dann steht man hier relativ schnell an. Der zweite Mechanismus, der mittlerweile fast vollständig verschwunden ist im praktischen Einsatz, ist das Jackson-Diagramm. Es war trotzdem nur wichtig, weil eine spannende Form der Darstellung ist, in die ganz explizit dieser Abstraktions- und Dekompositionsgedanke rein kodiert ist. Schauen wir uns das einmal an. Anhand eines Beispiels. Die Notationsregeln sind hier beschrieben auf diesen beiden Seiten. Wir schauen es uns einfach anhand eines Beispiels an. Das erste, was wir sehen, ist ein Ansatz, der nicht nur den Ablauf eines Softwareprogramms beschreibt, sondern auch dessen Daten beschreiben lässt. Das, was wir aus Entity-Relationship-Diagrammen kennen, nicht so mächtig, aber in Ansätzen durchaus schon da, haben wir auch im Jackson-Diagramm mit drinnen. Wir konzentrieren uns vorerst erst einmal auf den Prozess. Diese Diagramme muss man verstehen, sind von oben nach unten zu lesen. Bedeutet, jede Ebene ist ein Konkretisierungsschritt. Das heißt, je weiter runter ich komme, desto konkreter wird meine Programmbeschreibung. Je weiter oben ich bin, desto abstrakter ist es. Das heißt, wir haben hier die Aktivität Kundenlesen. Und um Kunden auszulesen, dieses kleine Sternchen, das wir hier in der Ecke haben, heißt, wir müssen oder wir können diese Aktivität mehrfach ausführen, für jeden Kunden einmal. Dann haben wir untergeordnet, um einen Kunden einzulesen, nächste Ebene eins, weiter runter, müssen wir alle Aufträge pro Kunden einlesen. Also auch das kann mehrfach auftreten, weil ja ein Kunde mehrere Aufträge haben kann. Das sehen wir übrigens in der Datensicht. Es gibt Kundendatensätze, mehrere. Jeder Kundendatensatz kann mehrere Aufträge beinhalten und jeder Auftrag hat einen Auftragskopf und dann mehrere Positionen. Und das erkennen wir jetzt hier wieder. Wenn wir dann in einem Auftrag drinnen sind, wieder eine Ebene weiter runter, wieder konkreter, verarbeiten wir zuerst einmal den Auftragskopf. Den gibt es nur einmal. Das heißt, das können wir machen. Und dann gehen wir eine Ebene weiter runter und schauen uns jetzt an, ist das Lieferdatum, das steht im Auftragskopf drinnen, erreicht oder überschritten. Wenn es denn erreicht ist, gehen wir in die eine Richtung weiter. Wenn es überschritten ist, gehen wir in die andere Richtung weiter. Diese Alternativen werden im Jackson Diagramm mit diesem kleinen Kreis gekennzeichnet. Das heißt, wir haben hier die Bedingung formuliert mit diesem Kreis, also das zu prüfende Datum und die zu prüfende Bedingung formuliert. Lieferdatum erreicht oder überschritten. Dann gehen wir eine Ebene konkreter und hier beschreiben wir, welche Ergebnisse diese Prüfung bringen kann. Nämlich der Auftrag wurde ausgeliefert oder der Auftrag wurde nicht ausgeliefert. Und eines dieser beiden Dinge wird dann ausgeführt, je nachdem, was die Prüfung ergeben hat. Wenn der Auftrag noch nicht ausgeliefert wurde, ist die nächste Konkretisierung, Drucken eines Entschuldigungsschreibens. Wenn der Auftrag ausgeliefert wurde, dann möchte man die Rechnung drucken. Und der hat wiederum dann drei Schritte. Das ist zuerst das Drucken des Rechnungskopfes. Dann das Drucken jeder einzelnen Auftragsposition. Ein Kundenauftrag kann mehrere Auftragspositionen haben. Und dann das Drucken der Rechnungssumme. Das Verarbeiten der Auftragsposition hat nur einen Unterschritt, nämlich das Drucken der Rechnungsposition. Hier könnte es dann auch noch mehrere Unterschritte vielleicht geben. Also was wir von der Logik her in der Programmdarstellung erkennen, ist, dass wir von oben nach unten von abstrakt zu konkret gehen, dass wir, wenn wir auf einer Ebene mehrere Aktivitäten haben, üblicherweise diese sequentiell abarbeiten. Also auch das ist eine Notationsregel, die nicht durch Pfeile dargestellt ist, aber implizit so festgelegt ist. Das heißt, hier gibt es eine Sequenz. Und wenn da diese Kreise drinnen sind, hier, dann ist es keine Sequenz, sondern dann ist es eine Alternative. Und wenn man das weiß, dann kann man wiederum ein Jackson-Diagramm lesen und interpretieren. Das hat vielleicht das Problem, dass man viel Kontextwissen über die Modellierungssprache braucht, um das Teil überhaupt richtig interpretieren zu können. Man muss wissen, dass von oben nach unten nicht der Ablauf abgebildet wird, sondern Abstraktionsebenen beschrieben sind und dass Abläufe, sofern sie vorhanden sind, von links nach rechts abgebildet sind, ohne dass explizit dargestellt ist, dass das eine auf das andere folgt, sondern dass wirklich von links nach rechts einfach gelesen wird. Und man muss diese kleinen Modifikatoren lesen können. Man muss wissen, was das Kreischen bedeutet, nämlich Alternative, beziehungsweise was dieser Stern bedeutet, nämlich wiederholte Ausführung. Da haben wir jetzt, das wäre dann die Schleife, also wieder eigentlich die gleichen Elemente wie im Nassi-Schneidemann-Diagramm, im Struktogramm. Schleife Entscheidungen, hier aber auf eine komplett andere Weise abgebildet und viel stärker fokussiert auf das hierarchische Unterbrechen der einzelnen Elemente. Was wir erkennen ist, dass sich das jetzt potenziell sehr gut für Designaktivitäten eignet, weil unabhängig davon, ob ich ein Programm geschrieben habe oder nicht, kann ich mir vom Abstrakten immer konkret überlegen, was muss mein Programm überhaupt tun und das Schritt für Schritt neu einzeichnen, ohne dass ich irgendwann einmal in grafische Schwierigkeiten komme. Und gleichzeitig habe ich eine Denkstütze, ein Hilfsmittel, das mir dabei hilft, nicht den Überblick zu verlieren, weil ich immer weiter zerlegen, weiter zerlegen kann und weiß, okay, hier auf der anderen Seite gibt es vielleicht noch etwas, was ich noch konkretisieren muss, aber jetzt konzentriere ich mich einmal auf den anderen Teil. Das wäre an dieser Stelle der Vorteil des Jackson-Diagramms, ist aber ob der, wie gesagt, der relativ unintuitiven Notation, also wie gesagt, man muss wissen, wie das zu lesen ist, sonst hat man keine Chance, das zu verstehen, relativ schnell wieder verschwunden dann irgendwann. Was übrig geblieben ist, sind die Flowcharts, die schauen wir uns im nächsten Thema an. Zusammengelaufen ist das aber alles irgendwann einmal ab so den 90er Jahren in der sogenannten UML. Die habe ich bereits erwähnt. Die UML, die Unified Modeling Language, hat das Ziel gehabt, den Wildwuchs an Modellierungssprachen, der in den 90er Jahren aufgekommen ist. Also irgendwann hat jeder seine eigene Modellierungssprache entwickelt, wie das populär geworden ist. Irgendwann hat man gesagt, das funktioniert so nicht, das können wir so nicht weitermachen. Dann muss es einen Standardisierungsprozess geben. Wir müssen uns einigen darauf, welche Modellierungssprachen wir verwenden, weil sonst geht uns der Zweck dieser Modellierungssprachen verloren. Wenn keiner mehr weiß, wie die Semantik einer Modellierungssprache zu lesen ist, kann ich es nicht mehr verwenden, um ein einheitliches Verständnis herzustellen. Das heißt, wenn jeder seine eigene Modellierungssprache verwendet, dann ist es vielleicht nicht für die eigene Dokumentation, aber darüber hinaus schon nicht mehr. Deswegen ist dann dieser UML-Prozess gestartet worden und Ende der 90er mit DuUML1 abgeschlossen worden. Mittlerweile sind wir bei der UML2 bzw. 2.2 oder 2.2 irgendwo in der Gegend. Der große Schritt war nochmal die UML2. Das war die erste große Weiterentwicklung. Und die UML beinhaltet einen Satz von Modellierungssprachen, es sind mehrere, die aufeinander abgestimmt sind und definiert ist, wie die einzelnen Elemente in diesen Sprachen zusammenhängen, um Eigenschaften eines Software-Systems zu beschreiben. Und zwar Struktur und Verhalten. Wenn wir im Skriptum kurz weiterschauen, findet man ganz hinten, was ich jetzt erzählt habe, ist hier noch nicht beschrieben, findet man auf der zweiten Seite ein Überblicksdiagramm, das ist jetzt etwas Hierarchisches, wo beschrieben ist, welche Diagrammarten es in der UML denn gibt. Das sind zwei große Gruppen, sogenannte Strukturdiagramme und Verhaltensdiagramme. Ein Strukturdiagramm bildet, sagt der Name schon, den Aufbau eines Software-Systems ab. Geht nicht auf dessen Verhalten ein, auf dessen Abläufe ein. Haben wir auf Organisationsebene ebenso gehabt, wo wir uns ans Aris-Haus erinnern, sowas wie ein Organigramm wäre ein Strukturdiagramm, beschreibt die Struktur einer Organisation. In Software-Systemen gibt es da unterschiedliche, denen wir uns jetzt an der Stelle nicht näher widmen. Das kommt ohnehin und dann in Software-Engineering nochmal viel genauer. Sowas wie ein Klassendiagramm, also wo ich beschreibe, welche Komponenten habe ich überhaupt und welche Eigenschaften haben die. Sowas wie ein Verteilungsdiagramm, wo ich dann überlege, wo sind meine Komponenten angesiedelt, auf welchen Rechnerknoten, sodass ich dann sagen kann, wie kommunizieren die, welche Kommunikationswege muss ich dann realisieren, damit mein System insgesamt seine Aufgabe erfüllen kann. Auf der anderen Seite, die Verhaltensdiagramme beschreiben eben nicht die Strukturen, sondern die Abläufe in meinem Software-System. Und davon werden wir uns mehrere anschauen. Das sind auf der allgemeinsten Ebene, das war die Idee, die Fachanwender irgendwie ins Boot zu holen mit der UML, die sehr techno-zentrisch ist. Das Anwendungsfall-Diagramm, wo man sich überlegt, okay, was mache ich mit dem Software-System und was soll denn, wenn ein Benutzer irgendetwas Bestimmtes macht, was soll das System dann tun. Hin zum, und das werden wir uns dann im Thema 3 anschauen, Aktivitätsdiagramm, das nicht nur beschreibt, was soll das System tun, sondern wie tut es denn, was es tun soll. Als Alternative dazu das Zustandsdiagramm, gehen wir nicht näher darauf ein, dreht im Wesentlichen um, was beschrieben wird. Beim Aktivitätsdiagramm beschreiben wir Aktivitäten des Systems, beim Zustandsdiagramm beschreiben wir, sagt der Name schon, Zustände und haben die Aktivitäten im Wesentlichen an den Übergängen zwischen den Zuständen. Kann man gut verwenden, um Abläufe an Benutzungsschnittstellen darzustellen. Ein Bildschirm, ein Browserfenster, hat einen bestimmten Zustand, das haben wir einmal geladen und dann passiert irgendeine Aktion des Benutzers und die führt zu einem nächsten Zustand und das kann man mit dem Zustandsdiagramm ganz gut beschreiben. Und dann haben wir eben die Kommunikationskomponente dabei, da gibt es unterschiedliche Interaktionsdiagramme, davon schauen wir uns zwei an, das Sequenzdiagramm und das Interaktionsdiagramm, die Kommunikations- und die Zeitverlaufsdiagramme, die werden wirklich schon sehr technisch orientiert, da geht es um den exakten Ablauf der Kommunikationsverläufe, der Signale, die übermittelt werden über eine bestimmte Leitung, brauchen wir zur detaillierten Beschreibung oder zur konzeptuellen Beschreibung von Software üblicherweise eher selten, wenn es aber wirklich auf technischer Ebene runter geht, dann kommen die zum Einsatz. So, wir werfen aber jetzt, bevor wir uns der UML widmen, nur einmal einen näheren Blick auf die Flowcharts, als den dritten großen Player neben den Nassi-Schneidermann und dem Jackson-Diagramm aus der Frühzeit der Modellierung und dann widmen wir uns noch einmal den UML-Diagrammen, die wir gerade besprochen haben. Sprecher 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 Untertitelung des ZDF, 2020